Schöne Einzimmerwohnung, Hochbad Ter, Berlin-Fritishain, Erstbezug nach Vollsanierung, Rotzern, Dielen im Garderobenbereich, ein sehr großes Wohnzimmer als Durchgangszimmer zur Wohnküche, superhelle Wohnung, Blickfensterseitig ins große Wohn- und Schlafzimmer, und Schlafzimmer. Theoretisch wäre Sonne hier drin, weil wir Südseite und Westseite haben, aber Widerspruch ist mit der Theorie, da keine Sonne scheint, nicht wirklich. Dann haben wir hier die kleine Wohnküche mit Fliesenspiegel, Spül und Eherd. Superhelle Wohnung, Küche gefließt, mit großen Fliesen. Und jetzt Blick aus der Küche ins Wohn- und Schlafbereich. Hier haben wir auch Gielenlaminat, super schönes, schöne Musterung. Sieht man mal, trotz ohne Sonne ist die Wohnung superhell. Wahnsinn. Dann geht's zurück zum Dielenbereich. Und hier links noch eine schöne Duschbad mit Anschluss Waschmaschine. Schöne Handruheizkörper vorhin, WC mit kleiner Ablage. Du bist ja immer durch die Einzimmerwohnung, durch Sanier, bezogen nach Sanierungen auch schon wieder durch. Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.